Das heißt, es war einfach so eine grenzenlose Verschiebung der sozusagen Prioritäten, weil man ging von der, unter Anführungsstrichen, Freizeit oder Familienzeit sofort in die Arbeit über. Und das ist, für ganz viele Menschen war das nicht gut oder nicht gesund, weil das braucht man. Also das unterstützt für mich so ein bisschen natürlich das Argument, was da gekommen ist, nämlich ja, das eine kann nicht oder das andere funktionieren. Aber genau das ist ja das Problem für viele. Also es muss einfach eine klare Trennung geben und einen klaren Rahmen geben, wann das eine beginnt und das andere aufhört. Und da entsteht ja diese Balance. Das heißt, es geht, glaube ich, nicht um die Frage, gibt es das oder gibt es das nicht? Oder kann ich das nachvollziehen oder kann ich das nicht nachvollziehen? Das heißt nur, dass man vielleicht selber schon diese Grenze sozusagen für sich selber schon im Griff hat, sozusagen. Also es ist, zu sagen, dass man das nicht versteht, das finde ich ein bisschen empathielos, aber ich verstehe die Idee dahinter, weil das heißt nur, dass man selber sich schon genug Gedanken darüber gemacht hat, wie gehe ich mit meiner, unter Anfangsstrichen, Freizeit um und wie gehe ich mit meiner eigenen Arbeitszeit um. Und da macht es Sinn, aber im Gesamtkontext ist das sehr wohl ein Faktor. Also das quasi zu leugnen, dass das ein Issue ist, sozusagen, finde ich schwierig. Vielen Dank.